So, hier habe ich mal wieder ein günstiges, naja, steht unter Buchner Ninja Schwert, Buchner MP9 Ninja Schwert, oh Gott, ich kriege es nicht raus, es hat sich irgendwas hier in dieser Verpackung verhakt, oh Mann, muss das denn gerade jetzt sein, okay, okay, da ist es ja schon auf, meine Fresse, was soll denn das, hier, was hat sich da verhakt, gut, jetzt hat es sich erledigt, So, Buchner Ninja Schwert, hm, okay, also ich sieht jetzt, wie man sehen kann, ist es natürlich nicht qualitativ so hochwertig wie ein Ninja Schwert, ist klar, aber ich muss auch jetzt mal sagen, dass der Preis, Äh, ja, natürlich auch nicht der preisendigste, ja, Schwert ist, es ist auch schon ein bisschen gruselig geschärft, muss ich sagen, aber, äh, dieses ganze Teil hat einfach mal, zu meinem Zombie Deadmesser, so das Größenverhältnis, äh, hat einfach mal so 7,90 Euro gekostet, Und 7,90 Euro, ähm, ja, für 7,90 Euro kriegt man noch nicht mal ein Brotmesser eigentlich, und dafür, finde ich, sieht es schon ganz cool aus, klar, manche werden jetzt meckern, wenn du so Messerspezialisten hast, wo das Teil dann, Da kostet ein Messer, wenn ein gutes Messer ist, kostet ja auch ein paar hundert Euro, wenn du, wenn du das möchtest, so, und, äh, das sind halt 7,90 Euro, das ist halt nur zu Deko-Zwecken geeignet, ich würde damit jetzt, jetzt, Nicht gerade auf den Ast einprügeln, oder, man muss es wahrscheinlich nur einmal fallen lassen, dann ist die Klinge irgendwo verbogen, aber, ich hole mir die ganzen Dinger ja auch nur zu Deko-Zwecken, das ist jetzt, Nicht um das irgendwie praktisch einzusetzen, und ich sag mal, als Deko ist das vollkommen korrekt für den Preis. Ich werde euch das Teil auch auf jeden Fall verlinken unten, ihr könnt auch mal in meine anderen Videos gucken, ich habe noch so viele Messer-Videos und Gameplays und Messer-Videos, hatte ich Messer-Videos schon erwähnt, auf jeden Fall Messer-Videos, ja, und, und Zombie-Messer-Videos und, was auch mal, Katana, alles halt relativ günstig, weil es halt nur zu Deko-Zwecken gedacht ist, ähm, aber, wie gesagt, ich verlinke euch das unten, Könnt ihr einfach mal drauf gucken, Preis liegt zur Zeit bei 7,90€ plus Versand, ähm, falls euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, oder nach unten, also, wenn es euch gefallen hat, wo nicht nach unten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann, dann, ciao!